Chinesisches Horoskop für August 2024, für jedes der zwölf Zeichen des chinesischen Horoskops. Chinesisches Horoskop für Ratten für August 2024. Haben Sie keine Angst davor, sich in Gesellschaft zu begeben, auch wenn Sie eine negative Erfahrung gemacht haben. Die Vertreter dieses Zeichens sind helle und strahlende Extrovertierte, die sich ein Leben ohne Gesellschaft nicht vorstellen können. Verbringen Sie diesen Monat in ständigen Besprechungen, nehmen Sie an Partys und verschiedenen Firmenveranstaltungen teil, das wird Ihnen Inspiration und eine Menge positiver Emotionen geben. Viele Menschen machen den Fehler zu denken, dass Ratten völlig unromantische Menschen sind. Tatsächlich sind Menschen, die in diesem Zeichen geboren sind, amorös, sensibel und ziemlich zärtlich in Beziehungen. Im August könnten Sie gleich mehreren Versuchungen ausgesetzt sein, Sie wollen zur alten Liebe zurückkehren oder die Gefühle für eine neue Bekanntschaft sind zu stark. Ratten sind extrem wichtig, um die Aufmerksamkeit anderer Menschen zu spüren. Schämen Sie sich nicht für diesen Teil Ihres Charakters, denn er macht Sie nicht zu einem schwachen oder unwürdigen Menschen. Genießen Sie die Geselligkeit, haben Sie Spaß und knüpfen Sie Kontakte, dieser Monat wird Ihnen viel Freude bereiten. Finanzen. Die Vertreter dieses Zeichens sind es gewohnt, Geldangelegenheiten auf Ihre eigene Weise zu lösen. In diesem Fall geben Sie oft mehr aus, als Sie einnehmen, und das führt zu den schlimmsten Folgen. Es ist an der Zeit, eine sehr einfache Regel zu lernen, die Ausgaben sollten die Einnahmen nicht übersteigen. Auf diese Weise können Sie Ihren Ruf retten und lernen, wie Sie Ihr Geld effektiv einsetzen können. Dieser Monat wird es Ihnen ermöglichen, Ihre Fähigkeiten einzuschätzen und zu erkennen, wo Sie sich verbessern können und welcher Teil Ihres Budgets noch verbessert werden kann. Gesundheit. Bei bester Gesundheit bleiben die Vertreter dieses Zeichens kräftig und aktiv, aber bei Beschwerden und Schwäche ändert sich Ihr Verhalten dramatisch. Um solche Schwankungen zu vermeiden, sollten Sie auf sich achten und versuchen, Krankheiten und Verschlimmerungen vorzubeugen. Chinesisches Horoskop für Stiere für August 2024 Vertreter dieses Zeichens erwarten große Ausgaben, die aber alle durchaus gerechtfertigt sind. Bereuen Sie es nicht, Arztrechnungen und Steuern zu bezahlen, denn am Ende werden Sie alle zu Ihren Gunsten ausfallen, auch wenn es im Moment anders aussehen mag. Konzentrieren Sie sich vor allem nicht auf die Verluste, sondern auf das, was Sie tatsächlich gewinnen, denn positives Denken macht Sie reicher und glücklicher. Finanzen. Es ist besser, das Einkommen, das Sie erhalten, für einen guten Zweck zu verwenden. Eröffnen Sie zum Beispiel ein Bankkonto und legen Sie das Geld zu einem geringen Zinssatz an. Auf diese Weise können Sie Ihr Geld teilweise vor der Inflation schützen und müssen gleichzeitig nicht nach einem geeigneten Aufbewahrungsort für das Geld suchen. Im richtigen Moment werden Sie immer Zugriff darauf haben, um die Ausbildung, größere wichtige Anschaffungen oder Immobilien zu bezahlen. In dieser Zeit ist es besser, keine großen Feiern zu veranstalten und kein Geld für Unterhaltung auszugeben. Verbringen Sie Ihren Urlaub mit einem bescheidenen Programm, geben Sie nicht zu viel Geld für Ferien aus. Vermeiden Sie jegliche, auch kleine Kredite, solche Entscheidungen können Ihr Budget ernsthaft untergraben. Verteilen Sie Ihr Einkommen vernünftig und berücksichtigen Sie dabei medizinische Leistungen und mögliche Kosten für Transport, Reparaturen oder den Kauf von Geräten. Gesundheit. Sie werden sich gut fühlen, aber Astrologen warnen, dass Sie sich nicht allein auf Ihre natürlichen Daten verlassen sollten. Vermeiden Sie Überhitzung, seien Sie vorsichtig bei Spaziergängen, gehen Sie am besten nicht mittags ins Freie. Chinesisches Horoskop für Tiger für August 2024 Der letzte Monat des Sommers wird für Tiger in einer kämpferischen Stimmung passieren. Sie werden mit Feinden zu kämpfen haben, die um jeden Preis Schaden anrichten wollen. Denken Sie vor allem daran, dass die Waffen der Böswilligen die Unerwartetsten sein können. Sie können Klatsch, direkte Angriffe und Provokationen einsetzen, was Ihre Geduld auf eine harte Probe stellen wird. Finanzen. Der geschäftliche Erfolg hat sich noch nicht in Ihrem Einkommen niedergeschlagen, also geben Sie nicht zu viel Geld aus, es sei denn, es handelt sich um ernste Situationen. Im August empfehlen Ihnen die Astrologen, Ihre Wünsche bescheiden zu halten und vorsichtig zu handeln. Zum Beispiel ist ein Urlaub im Ausland besser als ein Urlaub in einer anderen Stadt Ihres Landes. Versuchen Sie, sich kein Geld zu leihen, auch wenn man Sie hartnäckig darum bittet. Sie können unentgeltlich finanziell helfen und vermeiden Kreditgeschichten. Versuchen Sie, Ihre Ausgaben stets zu kontrollieren, indem Sie ein geplantes Budget überprüfen und bei Bedarf Änderungen vornehmen. Bringen Sie Ihren Kindern finanzielle Allgemeinbildung bei, dies wird Ihnen helfen, in Zukunft gut für sich selbst zu sorgen. Tiger sind selten mit wirklich gefährlichen finanziellen Situationen konfrontiert, sodass Ihre Stabilität im August nicht gefährdet ist. Sie müssen nur weiterhin die richtigen und ausgebogenen Entscheidungen treffen. Gesundheit Sie sind bereits in der besten Verfassung Ihres Lebens und im August werden Sie mehr Zeit im Freien verbringen. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, um Sport zu treiben, Ihr Idealgewicht zu erreichen und Ihre Muskeln zu stärken. Liebe und Beziehungen In den Familienbeziehungen herrscht Frieden und Ruhe und die Tiger fühlen sich vollkommen sicher. Allerdings kann es auch hier zu Problemen in Bezug auf Geld, Gesundheit oder familiäre Bindungen kommen. Wenn der Auserwählte Ihre Eltern und Verwandten nicht mag, denken Sie daran, dass Sie nicht diejenigen sind, die die endgültige Entscheidung treffen, das persönliche Leben sollte unter der Kontrolle von nur einer Person sein. Kleine Konflikte mit Kindern sind möglich, sie werden erwachsen, beginnen Ihre Unzufriedenheit auszudrücken und verhalten sich unvernünftig, aber solche Probleme lassen sich leicht durch ruhige Gespräche lösen. Es ist äußerst wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass nicht alle Gründe für Eifersucht ernst genommen werden können, also achten Sie darauf, dass Sie Ihre Fantasie nicht mit Ihrem Partner streiten lassen. Achten Sie darauf, Gerüchten keinen Glauben zu schenken, es ist möglich, dass Ihr persönliches Leben durch böswillige Menschen ruiniert wird. Als nahezu perfekte Partner stehen die Tiger ihren Auserwählten auch in den schwierigsten Zeiten zur Seite. Diese Loyalität wird sehr geschätzt und macht Sie zu den besten Lebensbegleitern. Chinesisches Horoskop für Hasen für August 2024 Sie haben bereits große Erfolge erzielt und innere Hindernisse überwunden, aber der Kampf mit Schwächen und äußeren Problemen ist damit noch nicht beendet. Versuchen Sie in diesem Monat, den Rhythmus beizubehalten, ziehen Sie sich angesichts ernsthafter Schwierigkeiten nicht zurück und achten Sie auf Ihre Entscheidungen, treffen Sie sie nicht aus dem Gefühl heraus, unter dem Einfluss von Ängsten oder dem aktuellen Moment. Finanzen Trotz der Anstrengungen, die Sie unternehmen, um Ihr Unternehmen weiterzuentwickeln, sollten Sie keine großen Einnahmen erwarten, im August werden Ihre Einnahmen auf demselben Niveau bleiben. Eine solche Flaute kommt normalerweise vor einem starken Wachstumsschub, also seien Sie geduldig und geben Sie nicht auf, bald wird sich alles verbessern. Versuchen Sie, sich kein Geld zu leihen, denn das schadet nicht nur dem Budget, sondern auch Ihrem Selbstwertgefühl und Ihrem Gemütszustand. Zahlen Sie alle Steuern auf einmal, damit sich Schulden und Strafen nicht anhäufen. Seien Sie wachsam gegenüber Betrügern, überweisen Sie kein Geld an Sie und gehen Sie keine Geschäfte ein. Widmen Sie sich in diesem Monat der Aufrechterhaltung der Stabilität, vermeiden Sie überstürzte oder impulsive Käufe, die in der Zukunft keinen praktischen Nutzen oder Gewinn bringen können. Gesundheit Wenn Sie sich um Ihre Gesundheit kümmern, denken Sie daran, dass im Sommer die Gefahr eines Hitzeschlags sehr groß ist. Verwenden Sie klimatisierte Geräte, lüften Sie und trinken Sie mehr Wasser, um sich vor unangenehmen Auswirkungen und Empfindungen zu schützen. Liebe und Beziehungen Leider übersteht nicht jede Ehe den Test der Zeit, und wenn Ihre Verbindung solche Schwierigkeiten nicht überstanden hat, geben Sie sich nicht die Schuld daran. Bei jedem Scheitern sind beide Parteien für das negative Ergebnis verantwortlich. Anstatt sich endlos zu quälen und Reue zu zeigen, freuen Sie sich auf viele weitere interessante Begegnungen. Es ist an der Zeit, aufzuhören, einem unerreichbaren Ideal hinterher zu jagen, denn es ist unwahrscheinlich, dass es jemals Wirklichkeit wird. Legen Sie die Missleute der Anforderungen an sich selbst und das andere Geschlecht niedriger. Handeln Sie überlegt, langsam und korrekt und lassen Sie sich bei Entscheidungen, die Ihr Privatleben betreffen, nicht von anderen Menschen beeinflussen. Wenn Ihr Partner Ihnen anbietet, sich zu trennen, versuchen Sie nicht, ihn zu halten, diese Person hat bereits aufgegeben und wird wahrscheinlich nicht mehr um die Beziehung kämpfen. Bewahren Sie sich auch bei negativen Erfahrungen die Fähigkeit, die positiven Aspekte Ihres Lebens zu sehen. Haben Sie es nicht eilig, die Liebe aufzugeben, denn dieses wunderbare Gefühl macht Ihre Tage heller und gibt allen Entscheidungen einen Sinn. Chinesisches Horoskop für Drachen für August 2024 Sie sind daran gewöhnt, alle Dinge unter Kontrolle zu halten, aber im August werden viele Ereignisse unerwartet und unvorhersehbar leben Drehungen und Wendungen für Sie werden. Also, was sagt das Horoskop für August 2024 für den Drachen, Frau oder Mann, voraus? Entwickeln Sie vor allem Flexibilität im Denken, sowie die Fähigkeit, sich an neue Bedingungen anzupassen. Nur so können Sie ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität wieder erlangen. Finanzen Der Geldfluss wird in diesem Monat stabil sein, aber nicht zu stark. Das Problem ist nicht Ihr Job, sondern ein Rückgang der Geschäftsaktivitäten. Viele Menschen fahren in den Urlaub, wodurch Geschäfte abgesagt oder verschoben werden. Verzweifeln Sie nicht und planen Sie auf der Grundlage der Einnahmen, die Ihnen geblieben sind. Der Monat beginnt mit einer guten Nachricht, Sie werden eine ziemlich große Summe erhalten, auf der alle Berechnungen basieren werden. Mitte August werden Sie vielleicht kleine Ausgaben für den Kauf neuer Kleidung, Geräte oder Accessoires tätigen. Das Monatsende wird von neuen Ausgaben für Veranstaltungen und deren Vorbereitung geprägt sein, bereiten Sie einen angemessenen Betrag für diese Zwecke im Bohaus vor. Umsicht wird Sie viel erfolgreicher machen und vor schweren Krisen bewahren und Ihnen erlauben, sich frei mit Ihren Lieblingsbeschäftigungen und der Haushaltsführung zu beschäftigen. Gesundheit In diesem Monat sollten Sie sich nicht allein auf Ihre Kraft und Gesundheit verlassen, versuchen Sie, Ihren Körper mit Hilfe von Nahrungsergänzungsmitteln, Vitaminen und unterstützenden Medikamenten zu stärken, die Ihnen Ihr Arzt verschreibt. Gehen Sie verantwortungsvoll damit um, dann werden Sie Ihre Gesundheit erhalten können. Liebe und Beziehungen Die Schuld für alle Probleme wird das Geld sein. Manche Drachen, die sich aus Kalkül für eine Beziehung mit dem anderen Geschlecht entschieden haben, werden diese Entscheidung bitter bereuen und andere wiederum werden wegen Geldmangels oder unüberlegter Käufe anfangen, sich mit Ihren Partnern zu streiten. Denken Sie daran, dass es immer ein großes Risiko für die Entwicklung von Partnerschaften ist, wenn finanzielle Fragen in die Beziehung einfließen. Teilen Sie die Verantwortlichkeiten in der Ehe oder im gemeinsamen Leben klar auf, erlauben Sie Ihrem Partner nicht, die Verantwortung nur auf sie abzuwälzen. Vermeiden Sie ungleiche Beziehungen, in denen eine Partei das ganze Geld verdient und die andere keine Rechte hat und dem Partner in allem gehorcht. Gehen Sie einfacher mit den Finanzen um, Geld kann immer verdient und gespart werden, und verlorenes Vertrauen wird wahrscheinlich nicht wiederhergestellt werden. Wenn Sie diese einfachen Regeln befolgen, werden Sie in diesem Monat ernsthafte Konflikte und Enttäuschungen vermeiden und den Frieden in Ihrer Beziehung zu Ihrem geliebten Menschen wiederherstellen können. Chinesisches Horoskop für Schlangen für August 2024 Es kommt eine ziemlich schwierige Lebensphase, die fast bis zum Ende des Monats andauern wird, und wahrscheinlich werden Sie mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert sein, finanzielle, kreative und sogar persönliche. Verzweifeln Sie nicht, denn schwierige Zeiten werden definitiv vorübergehen, und Sie werden zum gewohnten Lebensrhythmus zurückkehren. Finanzen Das Geld wird in diesem Monat reichen, Sie werden sich sogar große Anschaffungen leisten können, die Ihr Leben zum Besseren verändern werden. Diejenigen, die schon lange von einem Auto geträumt haben, werden glückliche Besitzer eines eigenen Wagens, und Menschen, die einen Umzug geplant haben, werden geeignete Häuser und Wohnungen finden. Sie werden sich mit steuerlichen Fehlern auseinandersetzen müssen, in manchen Fällen werden Sie einen Anwalt konsultieren müssen. Es können zusätzliche Ausbildungskosten anfallen, aber diese Kosten sind immer gerechtfertigt und angemessen. Vergessen Sie nicht, wie wichtig eine ständige Überwachung ist, wenn Sie Ihr Budget aus den Augen verlieren, kann es sich ändern und das Gleichgewicht wird gestört. Es ist ratsam, Ihren Plänen genügend Aufmerksamkeit zu schenken, aber gleichzeitig die Ersparnisse nicht zu vergessen, im August sollten Sie versuchen, die Ersparnisse unverändert zu lassen, auch wenn Sie sie nicht erhöhen können. Gesundheit Schlangen haben eine ausgezeichnete Gesundheit, und sie fühlen sich im Sommer sehr wohl. Verbringen Sie mehr Zeit mit Ihrer Familie, nehmen Sie sich Zeit zum Schwimmen und für Wasseranwendungen, das wird Sie stärken, Stress abbauen und Ihren Körper auf die nächste Saison vorbereiten. Liebe und Beziehungen Vertreter des Zeichens der Schlange, die sich auf die Liebe verlassen und sie als den wichtigsten Wert in ihrem Leben betrachten, können mit einer harten Realität konfrontiert werden, jegliche Gefühle lassen mit der Zeit nach. Das bedeutet nicht, dass Sie sich sofort auf die Suche nach einem neuen Partner machen müssen. Die Sterne mahnen Sie, vorsichtiger zu handeln und nach Möglichkeiten zu suchen, bestehende Beziehungen wieder zu beleben, sie stärker und angenehmer zu machen. Es ist möglich, dass Sie einen Konflikt mit einem geliebten Menschen überwinden müssen, seien Sie bereit, sich zu entschuldigen, falls nötig. Große Veränderungen sind möglich, Z. B. Ein Umzug oder die Planung einer Hochzeitsfeier Missverständnisse sind auch mit Verwandten wahrscheinlich, die das Gefühl haben könnten, dass sie Ihnen zu wenig Aufmerksamkeit schenken. In diesem Monat müssen Sie einfach Ihre Gedanken ordnen und aufhören, längst verpasste Gelegenheiten zu bedauern. Richten Sie Ihren Blick nach vorne, lernen Sie, in der Gegenwart und der Zukunft zu leben, nicht in der Vergangenheit, das ist der Schlüssel zum Erfolg in Ihrem persönlichen Leben. Chinesisches Horoskop für Pferde für August 2024 Verschieben Sie alle die schwierigsten Fälle, in diesem Monat die Sterne empfehlen Ihnen, eine gute Erholung zu haben und Kraft zu gewinnen. Vermeiden Sie vor allem Stress und Überlastung, wählen Sie Unterhaltungsangebote mit Bedacht aus, Sie sollten auch Ihren Körper nicht belasten oder Unbehagen verursachen. Wenn Sie Ihren Urlaub in der Privatsphäre und Sicherheit Ihres Hauses verbringen wollen, tun Sie genau das. Finanzen Geben Sie Ihr Geld mit äußerster Vorsicht aus. Wenn Sie jedoch feststellen, dass Ihr derzeitiges Einkommen zu niedrig ist, ist es durchaus akzeptabel, einen Teil Ihrer Ersparnisse zu verwenden. Schließlich sind die Ersparnisse das, was Sie als finanzielles Sicherheitsnetz brauchen, Sie sollen sie im Falle von Krankheit oder Behinderung schützen. Lassen Sie einen kleinen Betrag am Ende des Monats übrig, er wird für Urlaube mit Verwandten oder Unternehmungen mit den Kindern benötigt. Zahlen Sie Ihre Kredite ab, auch wenn Ihr Einkommen niedrig ist, lassen Sie Ihre Schulden nicht wachsen. Suchen Sie weiterhin nach Möglichkeiten, zusätzliches Einkommen zu erzielen, Sie werden Ihnen helfen, Ihren Haushalt effizienter zu führen. Fragen im Zusammenhang mit der Bezahlung der Ausbildung oder der Ruhestandsplanung lösen Sie besser im September oder Ende August. Den laufenden Monat sollten Sie in Ruhe verbringen und sich nur um die Grundbedürfnisse des Haushalts kümmern. Gesundheit Am Ende des Sommers empfiehlt es sich, eine Vitaminkur zu machen. Wenn möglich, sollten Sie einen Arzt aufsuchen, verschreiben Sie sich nicht selbst Medikamente und folgen Sie nicht den Empfehlungen von Bekannten, die keine medizinische Ausbildung haben. Seien Sie vorsichtig und wachsam, erlauben Sie sich keine Exzesse in der Unterhaltung oder bei sexuellen Kontakten. Liebe und Beziehungen In diesem Monat könnten Sie sich wegen der Stimmungsschwankungen Ihres Partners, seiner Behauptungen und sogar Anschuldigungen beunruhigt fühlen. Versuchen Sie, seinen Zustand zu verstehen, verzweifeln Sie nicht, denken Sie nicht sofort an eine Trennung. Geben Sie sich Zeit, um darüber nachzudenken und mit den inneren Gefühlen fertig zu werden. Allmählich wird sich die Situation stabilisieren und Ihre Beziehung wird zu der früheren Ruhe und Harmonie zurückkehren. Seien Sie umsichtig gegenüber denjenigen, mit denen Sie mehr Zeit verbringen, lassen Sie es nicht zu, dass Sie diese Menschen kränken oder sich mit Ihnen streiten. Hören Sie auf den Rat der älteren Generation, Ihre Eltern, die lebensklug sind, wünschen Ihnen alles Gute. Bleiben Sie in Kontakt mit Ihren Freunden, denn Sie werden für Sie da sein, wenn Sie Hilfe brauchen. Seien Sie in der Liebe ein offener und aufrichtiger Mensch, dann werden Sie in der Lage sein, Ihren Partner zu bevorzugen und die Nähe auch in Momenten tiefer Krisen aufrecht zu erhalten. Chinesisches Horoskop für Schafe für August 2024 Sie werden in diesem Monat zu viele widersprüchliche Informationen erhalten, so dass es Sorgfalt und Unterscheidungsvermögen erfordern wird, diese zu überprüfen. Vor allem sollten Sie nicht alles, was Sie hören, beim Wort nehmen. Versuchen Sie, alles von Ihrem eigenen Standpunkt aus zu beurteilen und analysieren Sie unbedingt und suchen Sie nach Bestätigung. Auf diese Weise werden Sie einen guten geschäftlichen Ruf aufrechterhalten und verhindern, dass Eindringlinge ihre Ziele erreichen. Finanzen Es ist unwahrscheinlich, dass Sie in diesem Monat ernsthafte Geldprobleme haben werden, aber bei der Budgetierung könnten Schwierigkeiten auf Sie zukommen. Bevor Sie festlegen, wie viel Sie ausgeben wollen, sollten Sie sich mit allen Familienmitgliedern beraten und herausfinden, was Sie brauchen. Versuchen Sie, auf die Bedürfnisse aller einzugehen und die Interessen des Haushalts nicht zu verletzen. Planen Sie einen angemessenen Betrag für Urlaub und Unterhaltung mit Kindern ein. Sie verdienen die besten Erlebnisse. Versuchen Sie, Ihre Garderobe für den Herbst zu erneuern und bezahlen Sie gegebenenfalls eine Kosmetikerin. Überprüfen Sie den Stand aller Konten und nutzen Sie gegebenenfalls besondere Dienstleistungen oder Bankangebote. Wenn Sie kompetent und klug handeln, können Sie alle Ersparnisse behalten und mithilfe zusätzlicher Einkünfte und anderer finanzieller Einnahmen den Betrag sogar noch vervielfachen. Gesundheit Verlassen Sie sich nicht allein auf Ihre natürliche Kraft. Im Sommer kann Ihr Körper durch Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit oder Temperaturschwankungen geschwächt werden. Versuchen Sie, sich in der Hitze des Tages in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Verhalten Sie, vermeiden Sie Dehydrierung und Überhitzung, trinken Sie mehr Wasser, denn das hilft Ihnen, Ihre Körpertemperatur zu regulieren. Liebe und Beziehungen Manchmal kommt Ihnen das Verhalten Ihres Partners zu unlogisch vor, und deshalb gibt es große Schwierigkeiten. Versuchen Sie, ihm mehr Verständnis entgegenzubringen, versuchen Sie nicht, seine Handlungen Ihrer Logik unterzuordnen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass er Grund zur Eifersucht hat, sprechen Sie mit ihm darüber und teilen Sie ihm ehrlich Ihre Sorgen mit. Es ist Zeit, neue Pläne zu schmieden. Wenn Sie schon lange davon geträumt haben, von Ihren Eltern getrennt zu leben, versuchen Sie, diesen Wunsch so bald wie möglich zu verwirklichen. Verschieben Sie wichtige Entscheidungen nicht auf später, sondern handeln Sie unverzüglich, laden Sie Ihren Lieblingsmönchen zu einem Date ein, stellen Sie Ihren Partner, Ihren Freunden vor. Gehen Sie sensibler und aufmerksamer mit den Menschen um, die Sie lieben, vermeiden Sie Arroganz und Kälte im Umgang mit Ihnen. Mit Ihrem Taktgefühl und Ihrem Einfühlungsvermögen sind Ziegen in der Lage, selbst die kompliziertesten Beziehungen zu retten, die bereits begonnen haben, zu verblassen. Bleiben Sie ein aufrichtiger und ehrlicher Mensch, werden Sie in der Lage sein, das Vertrauen in die Vereinigung wiederherzustellen, um Ihrem Partner wieder näher zu kommen. Chinesisches Horoskop für Affen für August 2024 Der Fluss der Ereignisse wird so stark sein, dass es Ihnen irgendwann so vorkommt, als sei es einfach unmöglich, mit ihm Schritt zu halten. Denken Sie zunächst daran, dass Astrologen Ihnen nicht raten, mit allem Schritt zu halten, es ist viel besser, sich auf aktuelle Themen zu konzentrieren, die keinen Aufschub dulden. Indem Sie sich mit Fragen beschäftigen, wenn Sie auftauchen, werden Sie allmählich alle Probleme überwinden. Finanzen Durch die geschickte Vermeidung von unnötigen Anschaffungen und Verlusten können Vertreter dieses Zeichens das Budget schonen und sich am Ende des Monats sogar mit einer kleinen Reise erfreuen. Dazu müssen Sie sich selbst unter Kontrolle halten und unnötige Ausgaben vermeiden, auch wenn sie sehr verlockend erscheinen. Arbeiten Sie weiter an Ihren persönlichen und geschäftlichen Projekten, diese Dinge werden sich in Zukunft bezahlt machen. Überprüfen Sie regelmäßig den Stand Ihrer Kredite und Konten und versuchen Sie, alles unter Kontrolle zu halten. Vermeiden Sie es, unvorbereitet einzukaufen, es ist besser, eine vorgefertigte Einkaufsliste zu haben, als intuitiv Waren auszuwählen. Sparen Sie nicht an der Instandhaltung von Haushalt und Wohnung und versuchen Sie, mehr Geld für die Gesundheit auszugeben. Gesundheit Die Gesundheit wird in diesem Monat perfekt sein, aber Sie werden etwas Unterstützung brauchen. Vergessen Sie nicht die Vorteile der Bewegung, stehen Sie früh auf und beginnen Sie den Tag mit einer schönen Dusche und einer leichten Übung, so bleiben Sie wach und beweglich. Liebe und Beziehungen In Ihrem Privatleben ist Vorsicht geboten. Affen, die mit außerordentlicher Weisheit ausgestattet sind, sind in der Regel sensibel für alle Schwierigkeiten und meistern alle Hindernisse, die dem Familienglück im Wege stehen, aber selbst Sie könnten im August einen Rat brauchen. Zögern Sie nicht, Ihre Gefühle mit der Familie und engen Freunden zu teilen, wenn Sie mit einem großen Problem konfrontiert werden. Es kann zu Ausbrüchen von Eifersucht kommen, die sowohl Sie als auch Ihren Partner blenden können, achten Sie darauf, dass diese Ausbrüche nicht eine vertrauensvolle Beziehung zerstören. Verhalten Sie sich äußerst vorsichtig und aufmerksam, geben Sie keinen Anlass zu Zweifeln und Klatsch, Gerüchte können Ihnen viel Energie rauben. Genießen Sie als glücklicher Ehepartner die Zeit der Harmonie und verschwenden Sie keine Zeit mit leeren Zweifeln und Ängsten. Widmen Sie diese Zeit der Suche nach Ihren persönlichen Vorlieben und Zielen, der Verwirklichung Ihrer Wünsche, der August eignet sich am besten für diese Zwecke. Chinesisches Horoskop für Han für August 2024 Es ist an der Zeit, die Führungsqualitäten unter Beweis zu stellen, mit denen sie von der Natur großzügig ausgestattet wurden. Die Menschen in ihrer Umgebung leiden unter instabilen Stimmungen, sprunghaften Tendenzen und ungezügelten Leidenschaften. In einer solchen Zeit sollten Sie die Kontrolle über die Situation übernehmen und versuchen, völlige Klarheit in alle Angelegenheiten zu bringen. Das wird es Ihnen ermöglichen, den Frieden und die Beziehungen zu Freunden, Familie und Kollegen zu erhalten. Finanzen Die Ausgaben werden in diesem Monat höher sein als ursprünglich erwartet, aber das sollte Sie nicht erschrecken, solche Änderungen im Budget sind ziemlich sicher. Sie sollten sich keine Sorgen machen, denn alle Lücken werden bald durch das Einkommen von Freunden, Kollegen und Partnern ausgeglichen werden. Ein lukrativer Immobilienkauf ist möglich, aber die Astrologen raten zur Vorsicht beim Ausfüllen der Unterlagen. Es ist ratsam, ein Sparkonto auf den Namen eines Kindes zu eröffnen oder auf andere Weise für seine Zukunft vorzusorgen. Sie können auch einen Urlaub so planen, dass er einen bescheidenen Betrag kostet. Verbringen Sie ihn nicht im Ausland, sondern in Ihrem Heimatland. Einzahlungen sind in diesem Monat zu riskant. Analysieren Sie stattdessen die vorhandenen Möglichkeiten und berechnen Sie den ungefähren Betrag, der für den Aufbau eines persönlichen Rentenfonds erforderlich ist. Gesundheit Eine gute Gesundheit erlaubt es Ihnen, aktiv zu arbeiten, aber um Ihre Gesundheit zu verbessern, sollten Sie mehr trinken, aggressives Sonnenlicht vermeiden und sich mehr ausruhen. Liebe und Beziehungen Alle Probleme rühren von Ungewissheit her. Versuchen Sie also, klug zu handeln und Ihre Gefühle, Angelegenheiten und Beziehungen immer unter Kontrolle zu halten. Wenn Sie jemanden kennenlernen, sagen Sie ihm sofort, wie ernst Ihre Absichten sind, täuschen Sie ihn nicht und wecken Sie keine leeren Hoffnungen. Behandeln Sie die Gefühle anderer mit Respekt. Erledigen Sie alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Scheidung, denn Sie können zu viel Energie kosten. Lernen Sie, sich mit anderen zu treffen und Kontakte zu knüpfen, nicht nur, um romantische Beziehungen zu knüpfen, sondern auch, um einfach Kontakte zu knüpfen. Lassen Sie sich nicht von anderen verwirren und unnötige Vorlieben, Verhaltensweisen und Entscheidungen aufzwingen. Die aktiven, charakterfesten und unnachgiebigen Hähne sind ausgezeichnete Eltern und Familienoberhäupter, die sich hervorragend um diejenigen kümmern, die von ihrem Handeln abhängen. Bewahren Sie diesen Status und guten Ruf, geben Sie weiterhin Wärme und schützen Sie Ihre Kinder und Angehörigen. Chinesisches Horoskop für Hunde für August 2024 Mit einem einfachen und angenehmen Charakter werden die Vertreter dieses Zeichens plötzlich finden sich in der Mitte eines komplexen Netzes von Beziehungen, in denen es nicht leicht zu verstehen sein. Seien Sie vorsichtig, nicht zu lassen, andere Menschen zu manipulieren, denn es ist durch solche Aktionen und manifestiert die wahre Natur derer, die um sind. Liebe und Beziehungen In finanzieller Hinsicht könnten einige Schwierigkeiten auf Sie zukommen, alte Angelegenheiten, private Schulden und sogar Hypotheken werden eine Quelle von Problemen und Meinungsverschiedenheiten in Beziehungen sein. Versuchen Sie, sich nicht auf die Probleme in Ihrem Privatleben zu konzentrieren, sondern gehen Sie allmählich an deren Ursachen heran. Sobald Sie beseitigt sind, wird sich die Atmosphäre in der Familie verbessern und wieder friedlich und angenehm werden. Wichtige Begegnungen sind möglich, freie Vertreter des Zeichens können durchaus Ihrem Schicksal begegnen. Wenn Sie eine Hochzeit geplant haben, ändern Sie diese Entscheidung nicht, sondern verhalten Sie sich ruhig und bleiben Sie ein zuverlässiger Partner. Denken Sie an die Bedürfnisse der Kinder, wenn Sie sie allein erziehen, berücksichtigen Sie ihre Interessen bei der Wahl eines potenziellen Partners. Astrologen warnen, dass übermäßige Weichherzigkeit zu großen Problemen führen kann. Sie sollten nicht immer den Forderungen Ihres Partners nachgeben, sondern zumindest gelegentlich ihre Interessen durchsetzen und eine gleichberechtigte Beziehung einfordern. Finanzen Im August sind unerwartete Ausgaben möglich, und zunächst sieht die Situation wirklich bedrohlich aus, aber mit der Zeit wird sie sich stabilisieren. Vermeiden Sie daher Panik und treffen Sie keine überstürzten Entscheidungen, nehmen Sie zum Beispiel kein Geld auf. Größere Anschaffungen sollten Sie besser auf den Herbst verschieben, jetzt ist es ratsam, sich auf Haushaltsausgaben und Steuern zu konzentrieren. Schließen Sie keine Geschäfte mit Personen ab, deren Integrität und Gesetzestreue Sie nicht sicher sind. Nehmen Sie keine Kredite auf, auch nicht bei großen Banken, im August können solche Entscheidungen nicht als erfolgreich bezeichnet werden. Versuchen Sie, Ihr Budget ordentlich und ohne große Fehler zu führen, geben Sie kein Geld für impulsive Käufe oder sinnlose Unterhaltung aus. Sparsamkeit wird Ihnen helfen, Ihre Ersparnisse zu behalten und mit einem positiven Karten- oder Kontostand in den nächsten Monat zu gehen. Gesundheit Ihr Gesundheitszustand wird in diesem Monat absolut stabil und sicher sein, aber Sie können sich bereits auf die Jahreszeit der Herbstverschlichterungen vorbereiten. Versuchen Sie, Ihre Immunität zu stärken, besuchen Sie einen Endokrinologen und einen Gastroenterologen, diese Spezialisten werden Ihnen helfen, die richtige Ernährung zu wählen und Ihren Körper mit nützlichen Substanzen zu sättigen. Chinesisches Horoskop für Wildschweine für August 2024 Vertrauensvolle und freundliche Vertreter dieses Zeichens sehr oft Opfer von Eindringlingen, die in den Kreis Ihrer Kommunikation unter den Deckmantel der neuen Freunde eindringen. Versuchen Sie in diesem Monat, solche Momente zu vermeiden, bleiben Sie wachsam und beeilen Sie sich nicht, sich denen zu nähern, die Sie nicht gut kennen. Halten Sie Ihre Geheimnisse zu sich selbst, die Kontrolle behalten, das sind die wichtigsten Tipps für August. Liebe und Beziehungen Überstürzte Entscheidungen im Zusammenhang mit Hochzeiten oder Trennungen können Herzschmerz verursachen und zu weiteren Problemen führen. Hüten Sie sich vor solchen Entscheidungen, wägen Sie jeden Ihrer Schritte sorgfältig ab und lassen Sie nicht zu, dass Gefühle die Stimme der Vernunft übertönen. Manchmal kann die Beleidigung so stark sein, dass Sie die wahren Gefühle der Person dahinter nicht mehr erkennen können. In solchen Momenten sollten Sie sich ein wenig abkühlen und erst dann überlegen, wie es weitergehen soll. Wenn Sie entschlossen sind, mit dem ehemaligen Partner Schluss zu machen, zögern Sie nicht, gehen Sie vorwärts, in die gewünschte Freiheit. Mischen Sie sich in das Leben Ihres Kindes ein, lassen Sie es nicht allein und sorgen Sie dafür, dass es immer in Sicherheit ist. In einer dauerhaften Beziehung gewinnen Sie weiterhin das Herz Ihres Partners, lassen Sie ihn nicht ohne Aufmerksamkeit und Liebe. Menschen, die im Jahr des Schweins geboren sind, sind für ihre Großzügigkeit, Selbstlosigkeit und Kontaktfreudigkeit bekannt, und diese Eigenschaften werden Sie zum Erfolg in Ihrem persönlichen Leben führen. Finanzen Den ganzen Monat über wird Geld in Ihr Budget fließen, und zwar kontinuierlich. Dies ist ein äußerst günstiges Umfeld für diejenigen, die an Ersparnisse denken. Versuchen Sie, dieses Geld zu sparen, indem Sie es auf ein Bankkonto überweisen oder einfach einen sicheren Ort dafür finden, diese finanzielle Versicherung ist im Falle unerwarteter Ausgaben notwendig. Es ist an der Zeit, seine Talente zu entwickeln, und dieser Prozess erfordert oft finanzielle Investitionen. Sparen Sie nicht an Geld für die Ausbildung Ihrer Kinder und die Entdeckung Ihrer Talente, Sie werden Ihnen später dafür dankbar sein. Vermeiden Sie Schuldengeschichten, denn das auf diese Weise erhaltene Geld wird von Ihrem Einkommen abgezogen und hinterlässt eine große Lücke im Haushalt. Handeln Sie richtig, ohne Eile, lassen Sie sich bei allen finanziellen Entscheidungen von Berechnungen und nicht von Gefühlen leiten. Gesundheit Ihr Körper ist nach wie vor stark genug und kann die Belastungen leicht verkraften, aber die Sterne raten Ihnen, ihn nicht zu missbrauchen, versuchen Sie, sich rechtzeitig ärztlich untersuchen zu lassen und den Empfehlungen eines Spezialisten zu folgen. Dies wird den Alterungsprozess verlangsamen und die Entwicklung chronischer Krankheiten verhindern.